Sei mutig und folg deinen Interessen. Mach das, was dich interessiert, dann bist du auch automatisch gut da drin und im späteren Job wirst du ja auch acht Stunden mit dem Thema verbringen müssen und das sollte man sich bewusst machen bei der Entscheidung, was man machen möchte. Die Vielseitigkeit. Ich arbeite sowohl im Labor als auch im Büro und bin zwischendurch auf Expeditionen und auch auf internationalen Konferenzen unterwegs. Und das Arbeiten als Forscherin bringt einfach mit sich, dass man Theorien aufstellt und dann Daten erhebt, um die zu verifizieren. Und nicht so selten passiert ist, dass die Daten gar nicht die Modellvorstellung, die man hat, unterstützen. Und dann gilt es, neue Modelle aufzustellen und noch mal alles zu hinterfragen und neu zu bedenken. Und das ist das, was mich besonders reizt an dem Job. Die Hauptschwierigkeit sehe ich einfach in der Jobsicherheit. Es gibt sehr wenige Stellen für Wissenschaftler, jedenfalls wenige feste Stellen, sodass es zwischen der Doktorandenzeit und der Zeit, in der man dann wirklich eine Festanstellung bekommt, in der Postdoc-Zeit, durchaus eine Phase gibt, in der es eine hohe Jobunsicherheit gibt, wo es nur so befristete Verträge gibt, oft nur zwei Jahre. Und das ist für viele auf Dauer belastend und bringt natürlich auch einen hohen Konkurrenzdruck mit sich. Und insbesondere für junge Familien ist es oft schwierig, weil das natürlich auch bedeutet, dass man von Ort zu Ort ziehen muss. Ich bin Palio-Ozeanografin. Da stecken zwei Wörter drin. Das eine ist Palio, das andere ist Ozeanografie. Palio steht für Vergangenheit und Ozeanografie ist die Meeresforschung. Und im Speziellen rekonstruiere ich Meeresströmungen über die letzten 200.000 Jahre. Das beinhaltet so die letzten Warm- und Kaltzeit. Und versucht dann herauszufinden, wie das Klimasystem im natürlichen Modus funktioniert, um dann auch Vorhersagen treffen zu können, was passiert, wenn wir noch mehr CO2 emittieren und das Klima sich erwärmt. Leider haben wir kein Thermometer, das wir in den Ozean halten können, weil wir müssen die Temperatur und den Salzgehalt kennen, um diese Rekonstruktion zu machen. Und deshalb bedienen wir uns verschiedener Techniken. Und insbesondere benutzen wir die Überreste von Mikrofossilien, deren chemische Signatur wir auf verschiedene Arten analysieren und dann eben Rückschlüsse auf die Umweltbedingungen treffen können. Ich bin im Ruhrgebiet groß geworden und habe mich schon ganz früh für Schnee und Eis interessiert und dabei festgestellt, dass man mit Hilfe von Eisbohrkernen die Klimavergangenheit der Erde rekonstruieren kann. Und das fand ich dann so spannend, dass ich das gerne studieren wollte und habe in meinen Recherchen festgestellt, dass es ein Nebenfach der Geologie ist. Ja, mit dem Wunsch, Geologie zu studieren, bin ich dann auch schon ins Abitur gegangen und habe danach aber die Möglichkeit bekommen, noch ein Jahr in Island zu verbringen. Und Island ist wie ein aufgeschlagenes Geologie-Lehrbuch und es sind ganz viele Prozesse, die wir in der Geologie erforschen und beschreiben, die man in Island einfach beobachten kann. Und mein Aufenthalt dort hat mich einfach daran bestärkt, Geologin werden zu wollen. Mein Studium habe ich dann absolviert in Kiel, großes Zentrum der Miereswissenschaften und habe zwischendurch dann ein Semester auch in Bergen, Norwegen verbracht. Nach meinem Aufenthalt in Norwegen habe ich ziemlich schnell mit der Diplomarbeit angefangen und habe dann auch meine Promotion angeschlossen in Kiel und habe während der Zeit vier Kinder bekommen. Das hat sich ein bisschen auf den Zeitplan ausgewirkt. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, als normalerweise das üblich ist. Aber ja, das war in Ordnung. Ich konnte im Anschluss an meine Promotion noch drei Jahre weiterhin in Kiel arbeiten und habe da auch geforscht und war in der Lehre tätig und habe zusätzlich Expeditionen organisiert, von der ich die eine dann auch durchgeführt habe, als ich schon in Mainz war. Nach Mainz bin ich 2016 gekommen und arbeite seitdem hier als Wissenschaftlerin am Institut und habe seit 2019 zusätzlich die Aufgaben der Arbeitssicherheit übernommen und habe dadurch jetzt auch eine feste Stelle, sodass ich mich, ja, dass ich mich darauf freuen kann, die nächsten Jahre auch weiterhin hier am Institut arbeiten zu können. Das MPEC hat eine wahnsinnig gute Infrastruktur in Form von Messgeräten. Also wir können hier vieles unter einem Dach messen, was oft sonst auf verschiedene Institute verteilt ist, was uns natürlich ermöglicht, ganz viele Messungen gleichzeitig zu machen. Zusätzlich kommt dazu, dass wir eine sehr gute Entwicklungsabteilung haben, die auch Messgeräte selber bauen kann, sodass wir, wenn wir neue Methoden entwickeln, da auch bestmöglich, bestmöglichst unterstützt werden. Und zusätzlich fällt mir am MPEC immer wieder auf, dass sich hier sowohl Verwaltung und Technikabteilung als auch Wissenschaft als Team stehen und das Ziel ist, eine bestmögliche Forschung zu ermöglichen und das habe ich so vorher noch nie erlebt. Ganz wichtig ist eine vernünftige Kinderbetreuung. Also wir hatten immer Ganztagskinderbetreuung in kommunalen Einrichtungen und zusätzlich braucht es aber auch verständnisvolle Arbeitgeber und ich hatte immer Vorgesetzte, die mich gut unterstützt haben, auch wenn meine Zeitplanung mal angepasst werden mussten darauf, dass die Kinder krank waren oder dass ich schräge Arbeitszeiten hatte, weil die Kinder halt nachmittags anders betreut werden mussten. Zusätzlich ist es aber auch so, dass wenn man Karriere und Kinder unter einen Hut bringen will, man immer irgendwo Abstriche machen muss, weil der Tag nur 24 Stunden hat und das muss man in erster Linie an der eigenen Freizeit. Ich glaube, das ist auch nicht nur in der Forschung so, sondern auch bei allen anderen arbeitenden Familien, Müttern und Vätern.